VACO Connectivity Portal Routing Um ein Routing mit dem VACO Connectivity Portal zu realisieren, brauchen wir ein neues Projekt. Dieses Projekt benennen wir mit MyRouting und beschreiben dieses Projekt, was wir da genau machen. Dann können wir dieses neue Projekt erstellen. Wie ist das Projekt aufgebaut? Ein PFC 200 mit der IP-Adresse 317 und 3x255 und ein 881 mit IP-Adresse 320 und auch 3x255 inklusive des Gateways des PFC 200. Der PFC 200 fungiert als Router mit einer sicheren Konfiguration zum VACO Connectivity Portal. Nun müssen wir unserem neuen Projekt ein Side-to-Side-Connection hinzufügen, damit unser PFC sich mit dem Connectivity Portal verbinden kann. Wir geben den Namen und eine Beschreibung, inklusive dem Typ Side-to-Side, wichtig dabei das aktuelle Projekt MyRouting auszuwählen. Jetzt die IP-Adresse wird hier mit einem 0 angegeben. Das wird benötigt für die Verbindung des Connectivity Portal. Effektiv hat er da eine 17 Lokal, im Portal eine 0. Damit wir von unserem PC im Büro auf diese Anlage zugreifen können, brauchen wir einen Road Warrior Zugang. Das heisst, wir müssen jetzt eine neue Site einrichten. Diese auch wieder überschreiben als Road Warrior zum Beispiel. Dann der Typ auswählen, Road Warrior und das Projekt MyRouting anwählen. Schliessend speichern wir die Konfigurationen für die VPN-Verbindung ab, auf unserem Inbetriebnahme-PC. Einmal die Side-to-Side-Verbindung für den PFC 200 und einmal die Road Warrior-Verbindung. Nun verbinden wir uns lokal mit unserem PFC, um die Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren. Mit Admin-Vago einloggen und anschliessend auf Networking wechseln. Dort separieren wir den Board 1 X2 mit Separated und unter TCP-IP stellen wir die IP-Adresse für X1 und X2 ein. Internes Netz und zum Beispiel Internet. Wichtig ist da auch, einen DNS-Server zu konfigurieren im unteren Abschnitt dieses Menüs. Anschliessend auf dem Bereich Routing werden wir die Gateway-Adresse und unser X2-Port angeben, damit auch nachfolgende angeschlossene Geräte auf X1 sichtbar sind über VPN. In der Firewall-Anstellung können wir die Firewall global aktivieren und auf den unterschiedlichen Port X2 und X1 unterschiedliche Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel innerhalb des VPN-Tunnels alles aktivieren, auf X2, der dann mit dem Internet verbunden ist, zum Beispiel alles blockieren. Weiter geht es mit dem Laden der OpenVPN-Konfiguration. Unter OpenVPN mit Browse wollen wir nun die Konfiguration des Connectivity-Portals laden. Zuerst die OVPN-Datei, dann Start Upload, dann wird diese Datei in den Controller geladen. Anschliessend fahren wir nach unten, um das Zertifikat und den Schlüssel zu laden. Einmal die P12-Datei als Zertifikat aufladen und dann anschliessend die Punkt-Key-Datei in den Controller laden. Zum Schluss muss jetzt noch OpenVPN freigegeben werden mit Enable und anschliessend den Controller neu starten. Wenn der Controller neu gestartet hat, können wir wieder unter der OpenVPN-IPsec-Menü die Verbindungseinstellung bzw. den Zustand der OpenVPN-Verbindung abfragen. Wichtig jetzt zuletzt ist auch die Zeit zu prüfen, die lokale Zeit des Controllers. Das heisst, die muss aktuell gemeiss lokale Zeiteinstellung sein. Zur Sicherheit kann auch ein SNTP-Zeitserver konfiguriert werden oder verschiedene Zeitserver, damit die Zeit auch immer aktuell bleibt. Nun gehen wir wieder zurück ins Büro und wollen uns vom Büro auf unsere Anlage verbinden. Dazu starten wir der OpenVPN-GUI mit den Verbindungsparameters für unser Projekt. Wenn der Status des OpenVPN-GUI auf grün ist, sind wir erfolgreich mit unserer Anlage verbunden. Nun reicht es, einen Browser zu verwenden und die lokale IP-Adresse des PFT200 einzugeben und wir sind schon auf dem WBM, auf der Webseite des Controllers über OpenVPN verbunden. Wenn wir nur das Gerät hinter dem Controller, zum Beispiel ein 352er, anschauen möchten, reicht es auch da, nur die IP-Adresse dieses Geräts einzugeben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.pft.de www.pft.de